Wie groß bist du? 62, 63. Ich würde sagen 63. Ohne Schummeln, ne? Ohne Schummeln. Also ich kann das nicht. Ich werde hinfallen. Oh Gott, ich kriege gleich einen Kram von meinem. Wirklich? Kannst du auch in mir heute einen Wheelie machen? Machen einen Wheelie heute. So einen richtig knackigen, steilen, geilen Wheelie. Nur für dich. Wo ist er? Ach da, ganz oben? So, jetzt komplett runter. Weiter, 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 weiter. Ich habe immer Ständerprobleme, weil er so lang ist. Warum lachst du jetzt? Hast du jetzt an andere Sachen gedacht? So eine artige, oder? Ja, ich bin richtig blau.